ein hallo von mir wir sind in final fantasy 7 und wir müssen zur parade schauen wir mal ob man das so hinbekommen wir haben schon mal umgezogen der cloud im shinra outfit also gucken wir mal ob man das irgendwie hinbekommen weil es glaube ich gar nicht so leicht so mal gucken ob man das irgendwie hinbekommen diese parade da wo bin ich denn ok wir müssen eine ich bin daher so in ordnung du zuerst im ernst muss ich jetzt hin überhaupt warum jetzt nicht wütend also ich schon bin ok so na dann gucken wir mal ob das funktioniert ok ich muss den nach ja ja schlechte ich einfach von hinten an mach ich ja dann lassen wir mal endlich machen dann lassen wir mal machen muss ich da was zum henker hat diese angestellt ich weiß nicht die goten gestiegen nein verdammt ich habe es voll vergeigt ja 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 ich habe es echt vergeigt na gut wir haben es geschafft ja who cares los antritt und mund halten mache ich nicht rühren mache ich voll abgelost gott wie läuft es hier was ist mit dem luftschiff passiert grübel grübel das interkontinental luftschiff ist noch in der wartung dürfte in drei tagen bereitstehen ha 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 auch die geld car der luftwaffe der heidecker schaden alter ritter so deutsch ja auf mit diesem idiotischen pferdelachen die dinge haben sich geändert seit vater todes ja 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 na guter ja und das schiff was damit ja so jederzeit bereit er lacht schon wieder so blöd wieder zu mir was passiert ach so das ding fährt los und jetzt du tust mir leid warum heidegarten schlechte laune der mann im schwarzen umgang streift durch die stadt aber wir können ihn nicht empfinden mann im schwarzen umhang ist vor zwei oder drei tagen aufgetaucht und tötet einige unserer soldaten auch sehr für danach ist es sofort verschwunden es geht das gerücht um dass es sehr für rott war achtung weg treten ok ja dann wird man mal weg hey du leg dich nicht mit der märme an ja wen interessiert vor der sack keine pause kommen hier rüber krieg voll eine drüber wie das militär wohl verarschen der nächste tagesbefehl präsident rufus an doch verabschieden ich werde dich drillen bis es sitzt ja wohl nicht ich werde helfen so ja ich auch aber ich doch schon wieder sowas stellt euch auf und zeigt mir die abschiedsformation ok merkt euch das gut fertig begrüßungstrupp ab links rechts auch gleich jetzt hab ich hab ich hab ich habe ich links habe ich habe ich normal so das müssen wir jetzt üben weil jetzt bin ich vorher schon abgelöst jetzt will ich nicht nochmal ablosen x habe ich drei habe ich viereck kreis links habe ich einmal noch kombination mark x dreieck viereck kreis links rechts ja ok in ordnung oder gut du darfst selbst entscheiden zeig mir deine beste pose mal sehen meine beste pose ist genau das ist fantastisch ja das ist unsere spezielle formation für heute übt sie ja sehr ja sehr ok ok wir treffen uns am top kommen nicht zu spät wegtreten komm nicht zu spät naja wir speichern wir wieder ab wie immer dass wir wenigstens einmal das schon haben hilft ja nichts und dann gucken wir mal ob man die andere formation hinbekommen vorher mal echt abgelöst na also zuerst das haben wir echt vergeigt also da das war echt nicht meins ja aber wir beeilen uns jetzt mal was will der typ eigentlich was kann denn der los vergiss die arbeit kommt doch rein mach ich was hast du es gibt es eine analyse und versiegelung wiederbelebung da gibt es echt eine menge hier gibt es echt gute materie immer auf versiegelung mit eine behandlung habe ich zwei schon eine wiederbelebung finde ich gut es war ja wieder magil naja so weiter geht es gibt in der hüte hier gibt es hier sagt der shops hier was ist du ok ok das haben wir alles habe ich alles habe ich alles hat das shops überall her was will der hund von mir ah ich pack mich hier fest kann der was so wer bist du keiner hat mich geweckt wozu hätte man dich wecken sollen und ich kann die ohne von ich finde ich glaube ich habe die an was ist oben hier die stauung das ist zu nah alles es ist zu sensibel alles irgendwie gemüse kapsel was bist du für einer 1 35 soldat wie gehen das da hinten ach hier glücks kapsel wie krieg ich das hier kann man hier hoch gehen wie krieg ich die wie krieg ich euch also gar nicht krieg ich das zeug auch hier ne sieht nicht so aus geht noch weiter hoch kraft kapsel ich geh jetzt zur parade es ist schwer soldier erster klasse zu sein hier gibt es lauter zeug bist ne hund aber mit dir kann ich nix machen ne du beißt mich nur an ok 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 aber hier da konnte ich auch nix machen damit ne ne ok dann gehen wir wieder raus ok haben wir eine menge zeug menge menge zeug bekommen dann gehen wir wieder raus so das ist hier gehen wir jetzt mal weiter ich hoffe ihr habt die kombination nicht vergessen so er wird am hafen verabschiedet schade reparieren mal ich komme später ach so hier muss ich hier lang weil sie der wiener kann ich mit jahren nicht reden doch elena sobald der job langweilig wird fangen sie an zu verlenzen mit dem habe ich schon geredet ich kann mit dem anderen nicht reden hey kleiner soldat bist du nicht noch im dienst ja ok ich geh schon ich geh gerne auf die mütze wie viel häuser gibt es hier hier gibt es auch einen speicherpunkt das war jetzt nicht lickerchen im dienst oder lickerchen im dienst klar ja da gibt es immer irgendwas wenn ich pennen gehe oder so nö erfreut sich wieder zu sehen nachher hier gibt es nichts ne wozu gibt es diese schlafplätze frage ich mich wozu gibt es diese schlafplätze für wieso bitte tritt näher mache ich willkommen wer bist du das mädchen ach hier kriege ich wieder meine hier kriege ich feuer materie wieder die brauche ich ja und da habe ich eingekauft vorher erde habe ich auch noch ne gewitter habe ich erde gift muss man alles einkaufen ich nehme alles mit hallo mädchen was kostet du im prof oder was tatsächlich wo bin ich ja hingeladen was ist denn das für ein spiel was verkauft er mir mit silberbrille schützt vor blind und schützt vor schlaf hm ich weiß sicher braucht man das aber sechs tausendil finde ich etwas heftig gerade im moment aber ich habe nicht mehr so viel ich muss echt mal wieder gil besorgen gehen ok also hier die shops ich liebe ja schon ich liebe das ich liebe shops gibt es hier was gibt es hier speed kapsel alter was ihr das findet hier überall muss man reingehen ich habe das habe gelernt in dem spiel man muss echt überall hingehen da bist du china manager eine schande ist das die sagten wir das sie für meine reisen eine fünf sterne hotel gebucht aber jetzt liegt er hier in so einer absteiger 1 wozu brauche ich die die musik macht mir fertig immer dasselbe da bist du ja hey willkommen das angebot hier ist echt mies weil ich die letzte bestellung verpfuscht habe aber ihr könnt euch gerne umschauen achso oh waffen metallstock siehst du da habe ich einen müsste nur mal ausrüsten dann ich habe hier schon waffen ich habe hier waffen ja er ist genau die braucht eine andere waffe definitiv so naja ich hoffe ich habe die kombination nicht vergessen nix ja mal gucken ich hoffe dass ich das nicht nicht vergessen da jetzt geht's los oh es ist zeit 8 stehe ich abschlussformation ich erwarte haltung 2 3 habe ich habe ich habe ich habe ich rechts habe ich links habe ich drei habe ich 3 habe ich x war 4 habe ich x habe ich 3 links habe ich habe ich verdrückt x habe ich nichts jetzt ein spurt war das ist gut oder schlecht gut gemacht weiter so für schienreihen cool du warst ein bisschen scheiße ich habe mich zwar verdrückt oder so zwei oder dreimal es hat nicht so gepasst ha nehmt eine prämie für euch ein zeichen der güte des präsidenten was immer ein force ita ist wenn es bekannt wird dass sephiroth hier ist werden claude und seine freunde auch bald aufkreuzen ich bin schon da wir zermalmen sie wenn sie wenn wir sie finden sie dürfen uns nicht in die quereil kommen überlassen sie das meer so habe ich dir nicht gesagt mit diesem blöden lacher aufzuhören fett ist teil heidegger hat so fresse jetzt okay wegtreten heidegger ist in letzter zeit ziemlich gereizt das war knapp ja ok hojo soll ein rücktritt schreiben geschrieben und verschwunden sein der hojo der typ heidegger wurde beauftragt eine suchaktion anzahlen höre höre schlechte wegtreten ach so ja 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 wir müssen hier noch aufräumen weil ich ja kann ich hier was machen doch so neugierig nein doch cloud wir sehen wie geht es zum anderen kontinenten eingehüllt in schienauniform au guck ich hoffe ich hätte da jetzt eh mitfahren sollen cool ich fahr jetzt auch woanders hin und hoffentlich habe ich nichts vergessen was für ein skifahrer da klar mitten drin steht nur dabei die musik ist wieder gut okay was gibt es alles für kisten ich arbeite schon verdammt hart du willst dass ich noch mehr tue der neue präsident ist vermutlich auch nicht anders der wird uns enorm kommandieren okay sagen wir hier alle materie was ist alle ich bin sei er ist ha servus hey cloud hast du denn das luftschiff in juni gesehen habe ich ja ich wusste dass es groß ist aber ich dachte nicht dass es so groß ist das echten ding ob ich da mal mit fliegen kann ich weiß nicht es ist eine schienerwaffe werden sie besser zerstören sollen ich würde so gerne mit der fliegen du bist etwas spiel aber was sagt denn der zu mir hey mach dich an die arbeit sowohl der neue präsident rufus als auch heidegger sind am bord des schiffs wenn wir gut sind werden wir befördert ok ok das muss ich genau machen jetzt bin ich an dem schiff drin oder was unglaublich hey was los machen du hast echt keinen pep ein seemann muss pep haben alles in ruhe oder irgendwas fehlt oder was los irgendwas fehlt eh was meinst du mir fehlt es ist ein händler kann man ja auch wohin gehen tanzt der typ da oben ich habe zweimal grün ich habe einmal hier grün und einmal hier grün ich gehe mal hier hoch doch jetzt ja geh hoch jawohl sehr alles ruhig sehr tiefer tiefer aber weißt du ich hasse diese uniform uniform soldatenkrieg ich hasse das alles sie nehmen dir alles menschen die du liebst ja ich wünschte sie würden alle verschwinden nicht war klar die jahre ich weiß genau jawohl sehr ich werde weiter am ball bleiben sehr hehehe ok dann muss ich wieder runter gehen ja ich möchte runter gehen mich packt grad immer fest jetzt die steuerung ist echt kacke zum rauf und runter gehen was will der hier oh mann wir haben es fast bis costa del sol geschafft wenn ich dort angekommen nehme ich mir wohl meinen wohlverdienten urlaub vielleicht gehe ich runter an den strang und lege mir etwas farbe zu ja das wäre nicht schlecht so dann quatschen wir noch mit dem hier was willst du der tanzt hier ich bin's redix achso der ich schwanke zwar hin und her bemerkt mir jetzt aber niemand menschen schauen eben nur auf das äußere allein durch diese uniform gebe ich doch schon einen prächtigen menschen ab ja absolut absolut so wir werden abspeichern wie immer und wie es weiter geht am schienregief oder wo es mir jetzt hinführt das sehen wir im nächsten let's play danke fürs zugucken einen daumen nach oben kommentar nicht vergessen somit ein tschüss von mir bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal